Nicht Elon Musk mit SpaceX, nicht NASA mit ESA. Nein, am wahrscheinlichsten von Japan wird die erste Gesteinsprobe aus einem Mars-Orbit zur Erde gebracht. Ganz im Geiste der Hayabusa-Mission, die als erste die Proben von Asteroiden zur Erde brachten. Aktuell schwer gebeutelt durch H3-Fehlschlag beim Jungfernflug und bei Problemen mit der Epsilon-Träger-Rakete ist die japanische Raumfahrt unglaublich spannend. Wir schauen uns in der Technik-Episode heute mal die größten Erfolge und vor allem die größten Raketen an und setzen sie in Relation zur europäischen Raumfahrt. Herzlich willkommen auf Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt und dein Ticket zu den nächsten großen Sprüngen da draußen, unser ganz persönlicher Apollo-Moment. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Hättest du bewusst, dass nach den beiden Weltraummächten Sowjetunion und den USA und nach Frankreich Japan das vierte Land war, das eigenständig einen Satelliten in den Saal brachte? Außerdem war Japan nach der Sowjetunion und den USA das dritte Land, dem 1985 mit Sakegake eine Deep Space Mission gelang. Im Jahr 2003 startete die Yaksa mit Hayabusa die erste Mission, die erfolgreich Proben von einem Asteroiden sammelte und zurück zur Erde brachte. Das war eine bedeutende Leistung, da es das erste Mal überhaupt war, dass eine Weltraumsonde erfolgreich eine Probe von einem Asteroiden zur Erde brachte. Mittlerweile hat sogar der Nachfolger Hayabusa 2 seine Asteroidenprobe von Ryugu zurück zur Erde gebracht. Selbst der NASA wird das erst im September diesen Jahres mit der 2016 gestarteten OSIRIS-REx gelingen. Aktuell arbeitet die Yaksa daran, mit der Martian Moons Exploration Mission, kurz MMX, eine Probe vom Marsmond Phobos zurückzubringen. Die soll im September 2024 starten, im August 2025 in einen Orbit um den Mars eintreten und dann auf Phobos landen. Nicht nur das, die Sonde soll eine Bodenprobe von mindestens 10 bis maximal 100 Gramm entnehmen, wieder starten und nach mehreren Vorbeiflügen am zweiten Marsmond Deimos 2028 den Marsorbit wieder verlassen. Naja, und dann 2029 eine Rückkehrkapsel auf der Erde absetzen. Das wird deutlich vor der Mars-Probenrückführmission der NASA in Kooperation mit der ISA sein, wobei das Landen auf dem Mars und etwas von ihm wieder starten deutlich schwieriger ist als auf einem so kleinen Himmelskörper wie Phobos, der nur rund 25 Kilometer Durchmesser hat. Übrigens beteiligt sich auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR und die französische CNES an der Mission. Sie werden einen Rover für die Oberfläche von Phobos entwickeln. Auch für die ISS zahlt Japan nach den USA den größten Einzelbeitrag. Ja, das japanische Kibo-Modul ist sogar das größte einzelne Modul an der ISS. Und während die ESA das Frachtversorgungsraumschiff ATV nur kurz zur ISS geflogen ist, entwickelt Japan mit dem HTV-X bereits das zweite Frachtversorgungsraumschiff, das in einer leicht veränderten Variante auch die neue Gateway-Raumstation am Mond versorgen könnte. Du merkst schon, ich bin Fan. Die japanische Raumfahrt hat gerade in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und hat sich als wichtiger Akteur in der internationalen Raumfahrt etabliert. Und das als einzelnes Land mit einer Wirtschaftsleistung nur etwas größer als der von Deutschland. Und mit einem JAXA-Etat, der nur einen Bruchteil des ESA-Budgets ausmacht. Ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, weil die ESA deutlich breiter aufgestellt ist, als die JAXA uns zum Beispiel beim Thema Erdbeobachtung, Satellitennavigation und Astronautenausbildung mehr zu bieten hat. Ebenfalls spannende Themen, aber auf Senkrechtstarter geht es ja nun mal hauptsächlich um Raketen. So auch in diesem heutigen Video. Bevor wir zu den japanischen Trägerraketen kommen, wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genauer Senkrechtstarter abonnieren. Japanische Trägerraketen, gehen wir da vielleicht noch einmal kurz an den Anfang zurück. Ich hatte ja gesagt, dass Japan das vierte Land war, das eigenständig einen Satelliten gestartet hat. Am 11. Februar 1970 wurde der erste japanische Satellit, Oshumi, mit der Lambda-4-Rakete gestartet. Ja, die Yaksa, die gab es damals noch nicht, sondern die Rakete wurde von mehreren wissenschaftlichen Instituten in Tokio entwickelt und dem Nissan-Konzern gebaut. Ganz spannend, in der japanischen Verfassung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt, dass es über keine Angriffswaffen verfügen darf. Da man eine lenkbare ballistische Rakete aber auch ohne Springkopf als Waffe einsetzen kann, entschied man sich gegen ein Steuersystem. Um dennoch eine Richtung vorgeben zu können, musste die Rakete schräg gestartet werden und verfügte über eine Drall-Stabilisierung. Über richtige Trägerraketen verfügte Japan mithilfe der USA dann mit der N1. Das Ende stand für Nippon. Sie verwendete eine amerikanische Thor-Erststufe und ein von Mitsubishi Heavy Industries entwickeltes LE-3-Triebwerk in der zweiten Stufe und amerikanische Castor-Feststoffbooster. Ihr Nachfolger, die N2, war eine Ableitung der amerikanischen Delta-Rakete, die in Japan in Lizenz hergestellt wurde. Die N2 verwendete eine Thor-Erststufe, neuen Castor-Feststoffbooster, eine Delta-Zweitstufe und bei den meisten flügen entweder ein Star- oder eine Burner-Delta-Oberstufe. N1 und N2 wurden zwischen 1975 und 1987 zusammen 15 Mal gestartet, bevor sie durch die H1 ersetzt wurde, die dann mit einer Oberstufe aus japanischer Produktion ausgestattet war. Auch die H1 war eine in Lizenz gefertigte amerikanische Thor-Erststufe mit einem Satz von amerikanischen Feststoffboostern. Aber wie gesagt, eine rein japanische Oberstufe. Diese von Mitsubishi Heavy Industries entwickelte zweite Stufe wurde durch ein LE-5-Triebwerk im offenen Gasgeneratorzyklus angetrieben. Die H1 flog zwischen 1986 und 1992 neunmal. Immer erfolgreich. Diese Zuverlässigkeit änderte sich mit dem Nachfolger H2. Von sieben Starts schlugen zwei fehl, was ihr eine sehr bescheidene Zuverlässigkeit von 71,4 Prozent einbrachte. Das muss man aber in Kontext setzen. Während N1, N2 und H1 mit Hilfe von amerikanischer Technologie flogen, entschied man sich bei der Nasda, dem Vorgänger der JAXA, die H2 komplett mit heimischer Technologie zu bauen. Dafür brauchte es einen Hauptantrieb. Das eigens dafür entwickelte LE-7-Triebwerk verbrennt flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff in einer gestuften Verbrennung. Wie man das bei der Kombination Wasserstoff-Sauerstoff macht, das erkläre ich in meinem Video über das RS-25 von Space Shuttle und SLS. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Aber nicht nur die erste Stufe, auch die Oberstufe der H1 wurde für die H2 massiv optimiert. Dafür wurde unter anderem das LE5-Triebwerk überarbeitet und von einem Gasgenerator auf einen Expander-Zapfkreislauf umgestellt. Das LE5a-Triebwerk war übrigens das weltweit erste Triebwerk im Expander-Blead-Cycle. Kurz zur Funktion. Dabei wird wie im Expander-Cycle der kryogene Flüssigwasserstoff sowohl durch die Kühlkanäle der Düse als auch der Brennkammer des Triebwerks geleitet, wo sich der Wasserstoff dann stark erwärmt und gleichzeitig diese Komponenten kühlt. Durch die Erwärmung des ursprünglich kalten flüssigen Treibstoffs entsteht ein erheblicher Gasdruck, der dann zum Antrieb der Turbopumpen verwendet werden kann. Anders als beim geschlossenen Expander-Cycle wie im RL10 wird der expandierte Wasserstoff dann aber nicht in die Brennkammer geführt, sondern unverbrannt abgeblutet. Daher der Name. Ja, wegen der hohen Kosten und ihrer geringen Zuverlässigkeit, wer will schon eine Rakete mit 70% Erfolgsbote buchen, wurde die H2 dann durch die H2A ersetzt. Die H2A war grundsätzlich die gleiche Rakete, nur eben ohne Kinderkrankheiten und Abstart mit einer sauberen Bilanz. 53 Meter hoch, 4 Meter Hauptdurchmesser und je nach Seitenbooster Bestückung mit 10 bis 15 Tonnen Nutzlast in die niedrige Erdumlaufbahn. Ähnlich zur Ariane 4 lässt sich die H2A durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Kombinationen von großen und kleinen Seitenboostern gut auf die jeweilige Nutzlast anpassen. Naja, und da die Jaxa das Thema unabhängiger Zugang ins All nicht nur als Werbegag nutzt, wird sie auch noch bis 2024 weiterfliegen und damit eine Übergangsphase zur nächsten Rakete liefern. Noch nicht die H3, die nächste Generation von japanischen Trägerraketen, aber wer A sagt, der muss auch B sagen. Die H2 gab es außerdem in der Version H2B, eine aufgebohrte, stärkere Version der H2A mit größerem Hauptdurchmesser und mit 19 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit. Fast schon eine Schwerlastrakete. Die H2B wurde extra für den Start des Frachtraumschiffs HTV entwickelt. HTV, das steht übrigens für H2-Transfervehikel. Insgesamt hat die H2B neunmal HTV-Frachtraumschiffe zur ISS geschickt. Bemerkenswert ist, dass die Weiterentwicklung der H2A zur H2B, obwohl institutioneller Träger und hohes Lohnkostenniveau keine 500 Millionen Dollar gekostet haben soll. Effiziente Raketenentwicklung, das bringt uns zum neuen Flaggschiff der japanischen Raumfahrt, der H3-Rakete. Die Entwicklung der zweistufigen H3-Rakete, die begann im Jahr 2014 als Teil einer Initiative der japanischen Regierung und sollte ursprünglich mal 1,35 Milliarden Euro kosten. Was nicht besonders viel ist. In Perspektive 2016 sagte Tory Bruno zur Vulcan-Entwicklung, neue Raketen kosten für gewöhnlich 2 Milliarden Dollar, wobei das 1 Milliarde Dollar für den Hauptantrieb beinhaltet. Mit den Verzögerungen und dem Fehlstart dürfte die H3 wohl auch eher in der Region 2 Milliarden Euro-Dollar liegen. Zum Vergleich, die Ariane 6 Entwicklung wird die 5 Milliarden Dollar mit Sicherheit überschreiten. So wie die Ariane 5 und 6 nutzt die H3 Wasserstoff und Sauerstoff in der ersten und zweiten Stufe. Da übrigens auch das H in der Raketenfamiliennahme. Wenn wir bei Ariane 6 sind, die stärkere Ariane 64 kann 11,5 Tonnen in den geostationären Transferorbit schicken, während die stärkste H3 2,4 es auf knapp 8 Tonnen bringt. Das ist etwa so viel wie eine Wegwerf Falcon 9 mit 8,3 Tonnen oder deutlich mehr als eine wiederverwendbare Falcon 9 mit 5,8 Tonnen. Ich habe gerade gesagt, größte Version. Die H3-Rakete besteht aus einer Kernstufe und optionalen Boostern. Mit dem Zielpreis von 50 Millionen Dollar ist die Kleinstar 3 für einen dedizierten Start konkurrenzfähig zu den aktuellen SpaceX-Preisen von einer Falcon 9, wobei die für diesen Preis mit bis zu 17,4 Tonnen in den Leo ein Vielfaches an Nutzlast befördern kann. Wenn du die Nutzlast aber nicht brauchst, ist die Kleinstar 3 ja vielleicht trotzdem interessant für dich. Ja, insgesamt ist die H3-Rakete eine konsequente Weiterentwicklung der japanischen Träger und wird mit Sicherheit die Zukunft der japanischen Raumfahrt prägen. Auch wenn das mit der Web-Bewerbsfähigkeit für kommerzielle Starts enorm schwierig sein dürfte. Aber erstmal muss die H3 überhaupt erfolgreich fliegen. Aktuell ist nicht klar, wann die Yaksa bzw. Mitsubishi Heavy Industries plant, die H3-Rakete nach dem gescheiterten Erstflug erneut zu starten. Auch die eingangs erwähnte Martian Moons Exploration Mission zur Probenrückführung soll mit der H3 fliegen. Alleine deshalb schon würde ich der Yaksa wünschen, dass sie mit der H3 ihre Mission zur Erforschung des Sonnensystems und zur Unterstützung der internationalen Raumfahrt vorantreiben kann. Hashtag Team Space Wieder einmal haben wir eine perfekte Überleitung zur nächsten Technik-Episode. Denn der japanische Yaksa gelang es als erster, eine Rotating Detonation Engine im Weltraum unter Realbedingungen zu testen. Ich war in Berlin an der TU, um dieses Verbrennungskonzept aus nächster Nähe kennenzulernen und von einer der führenden Forschungsgruppen auf dem Gebiet die extrem komplizierten Verbrennungsprozesse erklärt zu bekommen. An dieser Stelle ein riesen Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Ohne euch wären diese Außeneinsätze nicht machbar. Wenn auch du meine Arbeit direkt unterstützen möchtest, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter-Paypal-Konto für Direktspenden. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr helft wirklich aktiv mit den deutschen Sprachen, um für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment, hoffentlich auch mit japanischen Raketen. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.